World Club Dome Winter Edition 2024 hier in der Festhalle Frankfurt presentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Wir haben exklusive Meet & Greets, Wechselstürungen und Freigetränke hier für euch vorbereitet. Denn wir upgraden euer Festival und ich nehme euch jetzt mit. Oh mein Gott, das rumt gerade, das fühlt sich gut an und das ist es. Das fühlt sich an wie ein Traum einfach. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt mit hinter die Bühne nehme zu einem Interview mit Timmy Trumpet? Jawohl! Jetzt geht es Backstage. Vielen Dank! Vielen lieben Dank! Hammergeil, unendlich dankbar. Wahnsinn, was die Company wünscht hat.